Das Eigenheim, das Häuschen im Grün? Wer träumt nicht davon? Das Haus, insbesondere Steine und Ziegel, sind täglich im Verschleiß unterworfen. Sonne, Regen, Schnee setzen diesem Material im Laufe der Zeit Belastungen aus und machen es spröde, matt und unansehnlich. Die Oberfläche der Ziegel wird rau und empfänglich für Wasser. Wer ein Dach einmal erneuert hat, weiß, welche Kosten dadurch entstehen. Lassen Sie es nicht zu weit kommen. Ähnlich wie wir unsere Haut vor dem Alter durch eine Creme schützen können, können Sie Ihr Dach versiegeln lassen, um es länger in seiner Schönheit und seinem Schutz zu erhalten. Durch die neue Nanotechnologie versiegeln wir von Rhein-Main Dachbeschichtung in wenigen Arbeitsschritten Fondächer, Mauerwerke aus Stein und Beton, Fassaden, Natursteine, Fliesen, Putze oder Pflastersteine. Zu Beginn wird Ihr Dach mit einer sogenannten Rotationsfräse, einem Präzisionshochdruckreiniger, gereinigt. Die Ziegel werden präventiv mit einem Mittel zur Moosvernichtung behandelt. Ist das Dach durchgetrocknet, wird im zweiten Arbeitsgang die Fläche grundiert und mit den farbigen Endbeschichtungen versehen. Durch das Airless Spritzverfahren kommt es zu einer geringeren Vernebelung der Farbe, was ein feines und sauberes Lackieren ermöglicht. Wir von Rhein-Main Dachbeschichtung verarbeiten alle gängigen Rallfarben, wie zum Beispiel Dunkelbraun, Rotbraun, Ziegelrot. Auch Saphirblau, Purpurrot oder Laubgrün und andere Farben sind bei uns kein Problem. Das Endergebnis ist nicht nur beeindruckend, Ihr Dach wirkt neu, ist hochwertig versiegelt, geschützt vor Witterungseinflüssen und es hat Sie weniger gekostet als ein neues. Schützen Sie Ihr Dach mit Rhein-Main-Dachbeschichtung in neuster Nanotechnologie. Lassen Sie sich von uns beraten. Schützen Sie Ihr Dach, weil Ihr Dach auch Sie beschützt. Rhein-Main-Dachbeschichtung. Wir haben keinen Dachschaden.